Musik 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 So, heute geht es weiter hier mit Alien vs Predator. Wir haben dort aufgehört. Und jetzt geht es weiter und ich werde mich auch mal daran halten, dass ich ein bisschen mehr die Helligkeit erhöht, damit es nicht ganz so dunkel ist im Video. Ich denke mal, das ist so okay. Und gruselig ist es trotzdem, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu hell. Und ich werde auch die Musik des Intros jeweils dem Spiel anpassen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hier raus muss. Ah, da ist eine Tür. Die aber nicht geht. Aha! Oh, mein Herz pumpt schon wieder. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Ach, stürb. Ah, cool. Das geht. Das geht. Oh, 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 oh. Wo ist es? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, nein, nein. Schade. Wo ist denn die? Ah. Oh, da habe ich keine Munition mehr. Das ist nicht gut. Ich probiere es nochmal. Hier war das Runde. Ne, halt. Erstmal. War das für das Gewehr? Ja. Okay. Ganz ruhig. Der kam von dort. Ja, jetzt kommt er gleich. Jetzt. Wo ist er? Wo ist er denn? Da ist er. Ah, die Waffe ist gut. Die ist gut. Ah, da ist er auch wieder ein bisschen. Ah, jetzt habe ich auch Granaten. Weil mich jemand angeschrieben hat, zwecks, ähm, Sekundärwaffe. Das sind die Granaten. Die ganz ganz gut sind. Ah, das habe ich schon erkannt. Ey, kriecht das Vieh noch? Schön vorsichtig. Ah, jetzt habe ich. Scheiß viel, scheiß viel, scheiß viel. Okay, ich muss mich hin. Ich muss hin machen. Ich mache schon, ich mache schon. Ist das nicht ein bisschen schieten, wenn man hier immer? Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ach so, dahin. Oh. Scheiße, ich kann nichts machen. Ach, abgeschlossen. Gut, dann, äh, ja, na, weiterspielen, logisch. Spannend, spannend. Alle Waffen haben einen alternativen Feuermodus. Drücken Sie 2 in, das ist das, was ich meinte mit den Granaten. Drücken Sie harm, einen Anreger, Anreger, also einen Blitz in. Aber einen Heiler. Sie können nur 3 gleichzeitig tragen, also sammeln Sie diese immer ein. Natürlich. Mit 1, 2, 3 wechseln Sie zwischen den Waffen, wählen Sie die richtige Waffe für den richtigen Job. Das werden wir tun. Ach so, das ist eine Zwischensequenz. Jawohl. Sauber. Oh. Weg da, weg da, weg da. Aus dem Minen entkommen? Ich muss trotzdem wieder... Oh, jetzt habe ich keine... Jetzt habe ich schon kein Gewehr mehr. Ah, hier kann ich erst mal... ...so ein Ding aufheben. Ach, das gucke ich mir gar nicht an. Ah, da kann man zuschlagen. Okay, Taste 3, also auf der Maus. Mausrad drücken. Das klingt nicht gut. Oh, Klettern, na fantastisch. Oh, da ist einer. Der sieht aus wie... ...ein bisschen Aufmerksamkeit. Habe ich eigentlich Granaten? Ne, habe ich bloß bei dem Gewehr. Ja, 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 ja. Ich habe schon gesehen, dass du weggerannt bist. Aber wieso rennt er weg? Da! Lass mal Taschenlombau ein. Das geht doch. Oh, warte. Das ist ja wahnsinnig, ja. Oh, la, la. Oh, la, la. Oh, la, la. Ah, das ist Dauerschuss. Ah, cool. Da sehen wir vielleicht was. Was mache ich eigentlich hier in den Minen? Ich verstehe das eigentlich noch gar nicht so richtig. Nee, das ist nicht so effektiv. Ja, ja, ja. Ich kann froh sein, dass die nur einzeln angreifen und nicht im Doppelpack hier. Da hätte ich mit der Waffe echt ein Problem. Ich muss dazu sagen, ich habe bei mir das Fenster aufgemacht und sehe ein wenig Tageslicht. Das ist mir auch lieber so. Kann ich mich ducken eigentlich? Nee. Ich meine, grafisch haben die das schon schön gemacht, aber... Komm, komm, komm. Ah, okay. Ha, ich bin entkommen. Ach du Scheiße. Ich muss den Kontakt zum Major herstellen. Gehen Sie zum oberen Stock des Außengeländes. Wenn Sie die Schlüssel neu ausrichten, kann ich mich ins Netzwerk einloggen. Das sollte mir helfen, Van Zandt und irgendwelchen anderen Survivors. Da war doch einer. Ich muss wohin? Da hin. Erstmal hoch. Dann können wir uns mal die Aussicht angucken. Nee, können wir nicht, können wir nicht. Das kennt er hier. Ich suche schon einen Weg ins Dunkel führen. Ich suche schon einen Weg. Ich suche einen Weg. Da kann er bloß hier hinten ins Dunkel führen. Einen Weg, ihn zu finden. Ins Dunkel zu treiben. Halt, ich muss wieder runter. Ich war, glaube ich, einst du hoch. Ich nehme mal hier so einen... Sicher ist sicher. Ich schätze, Sie müssen einen Notstrom... Ah, so schnell kann ich nicht lesen. Oh, jetzt geht's weiter hier durch die Gänge. Find eine Power-Node, um diesen Elevator zu arbeiten. Oh, fünf Schuss nur? Noch fünf Schuss? Fußwarte, wo muss ich lang? Ah, hier rechts. Klingt nicht gut. Äh... Facehacker. Facehacker. Ah, nein. Zu spät. Oh, dieses Scheißvieh. Was denn? Ah. Ich muss so ein Ding finden. Aber wo? Aber wo? Wo liegt denn so ein Ding rum? Das muss doch leuchten. Haha. So. Jetzt mal schnell da rein. Komm, komm, komm. In diese Füße schlüpfen. Ah, scheiße. Ei, 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 ei. Ah. Was? Jetzt muss ich mich wieder raus, oder was? Nee, raus geht's denn nicht. Scheiße. Ah, da lang. Gerade zu. Sehr gut. Hier ist doch einer. Hier ist doch so ein Scheißvieh. Hat mich das schon gehackt, oder was? Ich nehm mal hier so'n. Man weiß ja nie. Ja. Oh, mein Schatten. So, und jetzt gehen wir hier rum. Da war wieder einer. Hier geht's nicht lang. Kann ja bloß hier hochgehen. Oh, das wird immer dunkler. Fünf Meter. E drücken. Nerde. Scheiße. Oder was hat der? Ziel erfüllt. Cool, cool, cool. Wo muss ich hin? Oh, hier war mal einer. So, wir gehen jetzt wieder hier raus. Aus dem Haus. Ohne uns zu erschrecken. Na, wenigstens die Steuerung ist... Ah. Na, das ist doch mal nett. So. Und jetzt würde ich sagen, hier lang? Ach, das ist einfach wieder zurückgehen, oder was? Halt, hier ist irgendwo einer. Ist das so'n scheiß kleines Vieh, oder was ist das? Hinter mir, hinter mir. Okay. Hehehehe. Zu spät. Hehehe. Oder ist das hier oben? Ne. Ne, ist das weg? Ne, ist das links? Ist das links? Ich muss ja mal gucken, ob hier... Ah, hier liegt noch Huhn. Sehr schön. Was ist das hier? Noch ein PDA? Wenn ich das ohne Ton spielen würde, würde ich das mal ignorieren. Und dann nur auf... Mach ich auch nicht. Mach ich nicht, mach ich nicht. Ich ignoriere nichts. Puh, ähm... Ah, Mann, wo muss ich denn lang? Bestimmt hier. Du bist nicht? Du bist lustig. Da ist doch... Ich hab mir. Vielen Dank.